Hier sind die Transaktionen, hier ist die Halle, hier hinten geht es zum Ami-Programm, hier durch den Gang geht es zum Neubau, hier ist der Hauptaubau, und hier geht es zum Ami-Programm, bis zum Ami-Programm. Hier sind die ganzen Kappen, hier auf der Seite ist Altos, ITS, Nagamann, und hier drüben sitzen dann 1,2 Flecken, die Außendienstleeren mit 1,2 Flecken. Und Vorsicht hier, die verkaufen einem die Ausflüge, das sind in 5 Straßen. Ich würde zur deutschen Reiseleitung gehen und würde fragen, ob die Einsprachen sind, die Ausflüge. Das ist immer ganz wichtig.